Herzlich willkommen zu Jutz TV Ferienredaktion. Im Ferienpass 2023 warten über 140 Veranstaltungen auf euch. Eine davon findet regelmäßig im Klüterraum am Hauptkanal statt. Der Klüterraum wird von der Emsachse angeboten. Die Emsachse ist ein Verein, der die Gewinnung von Fachkräften im Emsland und der Grafschaft Bentheim sicherstellen will. Wer in den Ferien und darüber hinaus Interesse am Basteln und an der Umsetzung von technischen Projekten hat, ist im Klüterraum immer herzlich willkommen. Wir haben uns mit Nina Becher von der Emsachse im Klüterraum über die Ferienpassaktion unterhalten und dass Kinder und Jugendliche dort Kreatives herstellen können. Viel Spaß mit unserem Beitrag! Der Klüterraum befindet sich am Anfang des Hauptkanals, links neben C&A. Innen seht ihr viele technische Geräte wie zum Beispiel 3D-Drucker und viele Laptops, an denen ihr eure Projekte planen könnt. Wer hat das Projekt Klüterraum auf die Beine gestellt und warum? Das Projekt Klüterraum ist ein Projekt von der Emsachse. Wir sind ein Verein für die Region und der Klüterraum ist eins von unseren vielen Projekten, um Geräte, die hier sind, Techniken, neue Techniken, einfach mal vorzustellen. Dass jeder hat die Möglichkeit, hierher zu kommen und die Geräte auszuburrieren und neue Techniken kennenzulernen. Im Klüterraum ist jede Person willkommen. Auch in den Sommerferien gibt es viele Angebote mit und ohne Anmeldungen. Zur sogenannten offenen Werkstatt könnt ihr ohne jegliche Vorerfahrung oder mit konkreter Projektidee zu den Öffnungszeiten vorbeikommen und alle technischen Geräte nutzen. Wir wollten auch Kindern die Möglichkeit geben, hier sich mal auszuprobieren und daher haben wir ein paar Projekte entwickelt, die wir gemeinsam durchführen mit Anleitungen. Genau, dass man wirklich mal was selbstständig durchführen kann, selbst was bauen kann. Die offene Werkstatt ist für Schüler zwischen 10 und 16 Jahren geeignet und der Bau von Modellbooten ist für das Alter 10 bis 15 gedacht. Außerdem gibt es noch Angebote, bei denen der 3D-Drucker zum Einsatz kommt. Wir haben zwei verschiedene Ferienpass-Aktionen. Einmal haben wir eine Schokotaler-Aktion. Da haben wir 3D-konstruiert, gelernt, wie man überhaupt 3D-Konstruktionen erstellt. Dann einen Taler, selber konstruiert, selbst kreiert, ausgedruckt, in Silikon gegossen und werden den dann morgen in Schokolade gießen. Und heute hatten wir eine zweite Aktion. Da haben wir Modellboote gebaut. Tim arbeitet gerade in der offenen Werkstatt am Laptop, um später etwas am 3D-Drucker herzustellen. Warum machst du heute hier mit? Weil ich mal gucken wollte, wie das hier so läuft. Was gefällt dir hier an der Aktion? Dass man hier selber Sachen machen kann. Und woran arbeitest du gerade? Das sieht ziemlich interessant aus. Deswegen fragen wir. An einem Namensschild für meinen Schlüssel. Wird es noch weitere Ferienpass-Angebote geben? Wir werden am Ende der Sommerferien auch nochmal eine Glüterflotte anbieten. Also da werden auch nochmal Modellboote gebaut werden und vielleicht in anderen Ferien auch nochmal. Na, das hört sich doch wirklich super an. Wenn ihr also Bock auf technische Projekte habt oder nicht wisst, wie ihr eure eigenen Ideen umsetzen sollt. Im Glüterraum findet ihr wirklich alles, um schnell ein tolles Ergebnis zu erzielen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ziemlich interessant dort, oder? Am 15. August findet von 9 bis 13 Uhr die nächste Modellbootbauaktion statt, in der ihr seht, klebt, lötet, verkabelt und in Gemeinschaft eine tolle Zeit haben könnt. Das war unser Beitrag über die Ferienpassaktion der offenen Werkstatt im Glüterraum am Hauptkanal. Unser kleiner Beitrag wurde ebenfalls im Rahmen einer Ferienpassaktion von acht Jugendlichen an drei Tagen im Jugendzentrum hier in der JutzTV-Redaktion gestaltet. Wir haben in dieser Zeit alles über die Herstellung eines Beitrags gelernt. Wir haben alle Moderationen und Sprechertexte geschrieben und hatten sehr viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß beim Anschauen des Beitrags. Wir wünschen euch noch tolle Sommerferien. Bis zum nächsten Mal, eure JutzTV-Ferienredaktion. Bis zum nächsten Mal, eure JutzTV-Ferienredaktion.